Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Heute ist es soweit, die zweite Bundesliga steht wieder auf dem Programm und heute Abend geht es ja dann für uns gegen Fortuna Düsseldorf. Ich freue mich extrem auf das Spiel, hoffe, dass wir dort irgendwie bestehen können, aber natürlich gibt es drumherum auch noch einige Themen zu besprechen. Unter anderem auch die Personalie Henning Matriciani, denn dazu hat sich Karel Gerrads nun auch nochmal ausführlich geäußert. Ansonsten sprechen wir auch nochmal über Kenan Karaman, denn der hat nochmal betont, dass er wirklich auch ein Spieler ist, der jetzt vorangehen möchte und Peter Knebel hat man ein paar Details preisgegeben über seinen Schalke Abschied. Alles und mehr besprechen wir somit hier und heute bei den aktuellen S04 News. Checkt auch parallel gerne Schalke Insight Clips ab, da gab es übrigens auch eine Vorschau auf unser heutiges Ausschnittspiel. Jetzt gehen wir hier aber natürlich auch erstmal rein in die aktuellen Schalke News. Und wir starten mit dem Thema Henning Matriciani, Karel Gerrads rechter Schienenspieler. Und ich denke mal, es ist ein Thema, über das wir Schalke-Fans in den vergangenen Tagen und auch Wochen schon sehr viel diskutiert haben. Und am Ende war ja die Meinung bei uns allen relativ klar. Wenn man dieses System spielen möchte mit den Schienenspielern, mit dem rechten Schienenspieler, dann braucht es dort einen anderen Spieler als Henning Matriciani. Denn Matriciani hat bislang bei uns auf Schalke vor allem dann überzeugt, wenn es defensiv verlangt war, Zweikämpfe zu führen, sich reinzuschmeißen, einfach alles zu geben und eben nicht, wenn es auch zudem noch verlangt wurde, mit dem Ball am Fuß vielleicht nochmal ins Eins gegen Eins zu gehen, gute Pässe zu spielen und einfach auch mutig nach vorne zu sein. Und genau das brauchst du einfach auch bei der Position des rechten Schienenspielers. Und deswegen gibt es ja auch immer wieder Kritik an Matriciani. Meiner Meinung nach ist diese teilweise ein Ticken zu überzogen. Ich kann sie aber auch durchaus verstehen. Am Ende ist er aber einfach auf der Position, für mich zumindest mal, ganz klar auch falsch aufgehoben. Karel Gerrads sieht das einen Ticken anders. Henning gibt sein Bestes und ist wichtig für das Team. Von der ganzen Mannschaft muss offensiv noch mehr kommen. Ich bin überzeugt davon, dass wir, und damit meine ich nicht nur Henning, uns verbessern werden. Sprich, Karel Gerrads betont eben auch hier noch einmal, dass natürlich auch Matriciani ein Spieler ist, der sich verbessern kann, wie eben alle anderen auch. Das ist aber nicht nur ein Problem Matricianis, dass wir nach vorne hin nicht so gut spielen, sondern ein grundlegendes der Mannschaft. Und ja, auch da bin ich durchaus bei Karel Gerrads. Im Spiel nach vorne müssen wir uns extrem verbessern. Im Spiel nach hinten logischerweise auch. Aber wenn man eben dann die Position des rechten Schienenspielers betrachtet, spielt logischerweise auch das eine Rolle. Bei Matriciani sehe ich jetzt persönlich nicht zwingend, dass das dort tatsächlich aber noch richtig gut funktionieren kann. Für mich ist die Dreierkette trotzdem vielleicht sogar sehr, sehr gut für Matriciani, um dort als linker oder rechter Innenverteidiger, vielleicht auch eher als Rotationsspieler, seine Stärken auszuspielen. Auch deswegen kam ja immer wieder der Name Stephen Van der Sloot hier ins Spiel. Und Karel Gerrads hat sich auch dazu nochmal geäußert, sprich auch wie er generell auf der Position des rechten Schienenspielers plant. Noch einmal, es geht nicht um einzelne Positionen, sondern wie wir uns als Team verbessern. Ich sehe nicht, dass Henning ein Problem ist, sondern wir ihn als Team besser unterstützen müssen. Ich vertraue ihm. Stephen habe ich in unserem Testspiel gegen Eindhoven gesehen, war glücklich über seine Leistung. Nicht mehr, nicht weniger. Denn zuvor hatte ja sich auch Gerrads schon auf der Pressekonferenz über Van der Sloot geäußert. Ich war glücklich mit seiner Leistung gegen PSV. Ich habe ihn zum ersten Mal live gesehen. Ich brauche Zeit, um zu analysieren, was ich mache. Ich mag es, junge Spieler im Kader zu haben. Es ist meine Verantwortung, in den kommenden Wochen die Entscheidungen zu treffen. Und somit deutet sich für mich hier auf jeden Fall auch erneut an, dass wir Matriciani in der Startelf sehen werden heute gegen Düsseldorf. Ich finde, heute, weil wir es eben auch eher defensiv angehen werden, glaube ich zumindest mal gegen eine spielstarke Mannschaft, ist das auch gar nicht mal so verkehrt, einen defensiv stärkeren rechten Wingback zu haben. Und Cedric Brunner ist ja da für die Startelf noch nicht fit genug. Sprich, es ist durchaus logisch, wenn Matriciani heute spielen sollte. Ich persönlich fand ihn sogar im Spiel nach vorne tatsächlich gegen Elversberg gar nicht mal so verkehrt. Trotzdem bleibe ich dabei, auf die Position gehört er nicht. Da kann er auch einfach gar nicht glänzen. Oder besser gesagt, da wundert es mich nicht, wenn er eben auch durchaus seine Probleme hat. Vielleicht wird sich dort in den kommenden Wochen oder vielleicht dann spätestens durch das Wintertransferfenster das Thema erledigen. Und wir haben dann eine komplett andere Lösung. Und doch Matriciani kann dann auf einer anderen Position wieder etwas mehr überzeugen. Einer, der natürlich Fortuna Düsseldorf, unseren heutigen Gegner auch gut kennt, ist ja Kenan Karaman. Für viele, und da schließe ich mich auch auf jeden Fall ein, ja auch unser wichtigster Offensivspieler. Ich denke mal, das kann man ganz getrost bis hierhin auch so sagen. Und Karaman, der wie gesagt auch die Fortuna gut kennt, erwartet heute ein nicht ganz so einfaches Auswärtsspiel. Es wird ein schweres Spiel. Die Düsseldorfer hatten zuletzt zwar einen kleinen Durchhänger, aber von den eigenen Fans wollen sie einen Turnaround schaffen. Sie gehören auf jeden Fall zu den Aufstiegskandidaten, hat Karaman im Interview mit schalke04.de sich dazu mal geäußert. Und natürlich war er auch eher ein Spieler, der gegen Elversberg gespielt hat und für mich noch einer der Klabesseren war, hat ja auch das Tor erzielt. Und er wurde eben auch nochmal von Schalke darauf angesprochen, dass natürlich nach dem enttäuschten Spiel gegen Elversberg auch ein bisschen Zeit war, das zu analysieren. Und wie man eben auch jetzt auftreten möchte. Und da hat Karaman interessanterweise verraten, dass es vor allem auch im Training um das Offensivspiel ging. Wir sind in die Details gegangen, haben harte Trainingsanheiten hinter uns. Wir waren alle sehr enttäuscht, dass wir gegen Elversberg nicht gewinnen konnten, vor allem in der Felddienstarena vor ausverkauften Haus. Es ist immer etwas Besonderes dort aufzulaufen. Und dann ist es umso bitterer, wenn man den Fans keinen Sieg schenken kann. Wir haben unsere Fehler analysiert, defensiv und offensive Abläufe einstudiert, wollen vorne eine Bewegung haben, um Räume und Torchancen zu kreieren. Und für Karaman ist eben auch wichtig, voranzugehen. Einer in der Mannschaft zu sein, der tatsächlich jetzt auch ein Führungsspieler ist. Und diese Entwicklung bei Karaman, die ist ja schon wirklich extrem interessant. Vor einem Jahr haben ja sehr viele Schalke-Fans gesagt, auch da gehörte ich zu, das ist eigentlich ein Transfer, den wir jetzt nicht zwingend brauchen. Den kann man vielleicht holen für die Kaderbreite, aber stattet den noch nicht direkt mit einem Drei-Jahres-Vertrag aus. Und seit dem Tor gegen Borussia Dortmund im Derby hat sich ja an der Anerkennung für Karaman damals schon ein bisschen was geändert. Aber auch erst recht dadurch, dass er dann noch wirklich gute Leistungen als Flügelspieler gebracht hat. Und in der aktuellen Zweitliga-Saison ist er einfach ein ganz wichtiger Part in unserer Offensive. Und eben auch für unsere Mannschaft. Sprich, Karaman sieht sich auch selber als Leader für das Team. Ja, definitiv. Ich habe das in der Vorbereitung und zur Saisonbeginn bereits gezeigt, dass ich vorangehen und Verantwortung übernehmen möchte. Ich versuche, die Mannschaft mitzuziehen und werde alles dafür tun, an die zuletzt gezeigten Leistungen anzuknüpfen. Und heute werden ja auch in Düsseldorf mehr als 10.000 Schalker erwartet, vielleicht sogar ungefähr 15.000. Und Karaman freut sich extrem darauf. Da ist immer wieder atemberaubend, wie die Fans uns unterstützen. Egal, ob es ein Heim- oder Aussettspiel ist, tausende Fans machen sich auf den Weg. Das ist nicht selbstverständlich. Ich persönlich schätze das sehr. Und daher möchte ich unseren Anhängern etwas zurückgeben. Diese Unterstützung gibt mir sehr viel Antrieb. Und ich hoffe, dass Karaman uns auf jeden Fall dann heute dafür ein bisschen was zurückgeben wird und wir das Spiel hoffentlich erfolgreich gestalten können. Abseits von der heutigen Partie, und das ist ja natürlich sportlich das wichtigste Thema, gab es gestern auch interessante Aussagen von unserem Sportvorstand Peter Knebel. Denn der war im Interview bei Sky und hat sich nun auch gute anderthalb Wochen nach dem offiziellen Schalke-Aus nochmal dazu geäußert, ob eben auch der Zeitpunkt für ihn passend war. Es war gut, eine Entscheidung zu treffen und die auch zu kommunizieren, weil ich auch gerne klare Verhältnisse habe, weil ich glaube, dass das auch für das Umfeld wichtig ist, sich zu orientieren. Und logischerweise, so eine Entscheidung braucht natürlich auch seine Zeit, bis sie reift. Viele Gespräche, die man hat mit unterschiedlichen Partnern, vor allen Dingen auch mit meiner Frau. Dann ist es sehr wichtig, dass das auch kommunizieren zu können und das dann auch in Absprache kommunizieren zu können. Und von dem her bin ich zufrieden damit. Es tut gut. Es war gut, es gemacht zu haben. Und ich glaube, das Umfeld hat es auch dementsprechend aufgenommen. Und ich finde auch hier die Aussagen von Peter Knebel durchaus gut und passend gewählt. Und er wurde auch nochmal dann von Sky gefragt, ob es denn für ihn eine Last war, in den vergangenen Jahren so für Schalke zu arbeiten. Ja, natürlich. Es ist eine Last. Aber Schalke ist gleichzeitig Last und Freude miteinander. Das wissen wir alle. In den vergangenen zweieinhalb Jahren ist so viel passiert. Und ich muss natürlich auch meine Zeit, die ich in der Knappenschmiede verbracht habe, vorher auch noch mit dazu zählen. Sechs Jahre bei einem Verein, das ist lange. Vor allem, wenn man aus einer anderen Region kommt, wie ich nun mal aus der Schweiz gekommen bin. Insofern freut mich das, also ob diese Zeit geworden ist. Und es ist für mich absolut okay, weil sie dann auch irgendwann abläuft, weil irgendwann läuft unsere Zeit, egal ob als Arbeitnehmer oder als Mensch, sowieso ab. Auf jeden Fall hier nochmal eine spannende Einordnung von Peter Knebel. Generell eben dann auch zum Zeitpunkt und eben auch zur Last, die möglicherweise auf ihm gelegen hat. Klar ist für mich, Peter Knebel ist ein Typ, den ich auch weiterhin mag und dem ich persönlich auch viel verdanke, bedingt durch diese Aufstiegssaison, auch eben durch diese emotionale Bundesliga-Rückrunde, der aber natürlich auch sportliche Fehler gemacht hat, wodurch meiner Meinung nach der Abschied auch genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und Peter Knebel hat dann auch nochmal ausführlich darüber gesprochen, wann er denn das erste Mal über einen Rücktritt nachgedacht hat, sprich wann ein solcher Prozess eben auch begonnen hat. Bei mir, bei der Unterschrift. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich überlegt, wie viele Jahre oder wie viel Zeit gibt man sich. Natürlich gucken wir mal, was haben die Vorgänger gemacht, wie lange waren die hier, was ist die Haltbarkeitszeit. Da kann man ja sagen, von den Vorständen auf Schalke war der, der im Sport ist, immer der gefährdetste Job. Insofern darf man auch nicht nach Yves rangehen. Und für Peter Knebel war es eben auch wichtig, immer alles für unseren Verein zu geben. Aber für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich auch, wenn man sich bekennt zu einer Sache, und ich habe mich zu 100% mit voller Überzeugung mit dieser Aufgabe reinbegeben, sonst hätten wir das nie schaffen können, was wir da gemacht haben. Da muss man sich auch immer überlegen, wie will man da rauskommen und wann kommt man raus. Und dann hat man auch Lebensplanungen, die man mit einem Partner absprechen muss. Meine Frau und ich, wir wussten, dass wir auch noch Zeit miteinander verbringen wollen. Das Auseinanderleben war bewusst gewählt. Und genauso war für uns klar, irgendwann kommen wir wieder zusammen. Deswegen muss man sich irgendwann noch vorstellen können, wenn man unterschreibt, dass man sich vorstellen kann, dann nach drei Jahren dann zu gehen. Insofern war das jetzt für mich nicht von Anfang an klar, sondern der Gedanke, der reift an dem Laufe der Zeit, dass dann auch für mich der richtige Moment ist, für mich und meine Familie das so zu tun. Hier also nochmal die ausführliche Antwort dazu. Finde ich auf jeden Fall interessant, wie Knebel die ganze Geschichte einordnet. Und rund um sein Ausscheiden gab es ja auch ein paar Tage zuvor Berichte unter anderem ja auch der Bild-Zeitung, dass es ja Diskrepanzen gibt im Verein, dass auch der Aufsichtsrat seinen Vertrag ohnehin nicht verlängern wollte. Und da wurde Peter Knebel auch nochmal gefragt, ob das alles eine Rolle bei seiner Entscheidung gespielt hat. Überhaupt keine, weil ich auch gar nicht die Zeichen bekommen habe, sondern wir waren von Anfang an uns klar darüber, dass das Vorgehen so ist, wie es von Axel Efe auch kommuniziert worden ist. Und insofern waren wir auch im permanenten Austausch darüber, wie wir vorgehen wollen. Dass natürlich dann interpretiert wird und dass gerade in dem Business Sport interpretiert wird, wie es dann ist, wenn man einen Auslauf und einen Vertrag hat, wie viel Power man dann noch hat und so, das ist klar. Aber meiner Meinung nach ist mein Job mit meinem Arbeitsvertrag ausgestattet, wie von jedem Arbeitnehmer auch. Da kann mein Arbeitgeber verlangen, dass ich bis zum letzten Tag mit vollem Engagement arbeite und insofern gab es weder über das eine noch über das andere irgendwelche Diskussionen. Trotzdem glaube ich schon, dass diese ganze Thematik eine gewisse Rolle gespielt hat bei der Verkündung der Entscheidung oder besser gesagt bei dem Zeitpunkt. Ich kaufe Peter Knebel durchaus ab, dass für ihn auch die klare Lebensplanung war, mittelfristig in die Schweiz zurückzukehren. Er stammt ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Sein Wohnsitz ist aber eben schon lange Zeit in der Schweiz und das gönne ich ihm auch dann von Herzen, dort wieder hingehen zu können. Jetzt auch mit seiner Familie deutlich mehr Zeit zu haben oder in einem halben Jahr, wenn es eben offiziell vorbei sein wird auf Schalke. Und ich kaufe ihm wirklich ab, dass dieser Gedanke bei ihm auch schon deutlich länger da war. Aber, und das ist auch richtig, dass er das jetzt vielleicht nicht anspricht, ich glaube auch wiederum, dass die ganze Geschichte mit dem Aufsichtsrat, dass der Druck auf Peter Knebel bedingt durch Fehler, die vielleicht auch nur ihm zugewiesen worden sind, schon dafür gesorgt haben, jetzt die Entscheidung zu verkünden und vielleicht auch so ein bisschen Fahrt aus der ganzen Geschichte rauszunehmen, Schalke auch etwas ruhiger agieren zu lassen. Und das ist ja auch durchaus passiert. Also Peter Knebel hier nochmal mit sehr interessanten Einblicken mit Details über seinen Schalke aus. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den aktuellen S04 News in die Kommentare schreiben. Checkt gerne den neuen Zweitkanal ab für alle Schalker Schalke Inside Clips und dann bin ich mal sehr gespannt, was heute in Düsseldorf passiert. Auch ich werde vor Ort sein, sprich auf Thiele Football, wird es logischerweise auch dann am Sonntagmorgen für euch einen Stadionvlog geben. Und ich hoffe wirklich sehr, dass unsere Mannschaft eine gute Leistung zeigt und wir mindestens einen Punkt mit ein bisschen Glück auf mehr holen können. Schwierig einzuordnen, wie eben auch jetzt unsere Mannschaft performen wird. Also eure Meinung zum Video, gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns hier im nächsten Video. Morgen wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker.